So, das war, ja, von der Seite. Jetzt gibt es aber auch Leute, die kommen mit einer ganz anderen Technik von hinten, um einen irgendwie festzuhalten, zu zwingen. Und das zeigen wir euch jetzt. Ganz langsam, so einfach, und dann ein bisschen schneller. Ich meine sowas hier. Achtung, kleinen Moment, noch nicht. Wenn jemand sogar gegen die Kehle drückt, dann wird es ganz böse. Also wenn ich jetzt richtig zuziehen würde, hätte Jensen richtig Schmerzen, das will ich jetzt nicht. So, wir zeigen langsam, was tun. Er hat doch Schmerzen. Okay. Okay, gut. Wenn du auf dem Beton kaltest, ist es dann natürlich nicht mehr so lustig. Nicht mehr so lustig für den. Gut. So, nochmal. Zack. Und ab geht dann. Kann ich das mal probieren? Mhm. Jetzt musst du dein Bein gegen meine Beine am Gänz. Das lässt sich werden. Das ist leicht. Du musst nur das Gleichgewicht auskontern, indem du beide Beine blockierst. Beide. Beide. Ja, beide. Genau. Wichtig. Beide Beine blockierst. Ja, zeig mal bitte mit einem, wie falsch. Wenn du nur eins, das ist... Dann kann ich nämlich so machen. Schwierig. Dann kann man sich drehen. Dann kann man sich beide Beine blockieren. Ja, dann ist es vorbei. Und ich stehe ja so. Ja. Dann ist es für mich leichter. Also, wir zeigen es nochmal. Ganz langsam. Ich greife den hier. Und beide Beine. Und die Gänzer. Jetzt gucken wir es uns mal an.